Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, man sollte eine Kleidergröße größer bestellen. Als Bemerkung sollte man angeben meint eine Nummer größer bestellen. Sonst ist alles bestens Farben und Material würde wieder dort bestellen. Ah! Reinhold! Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.